... von uns Kader, dass du dich dafür verantworten müssen. Sichert das Ziel. Uah, 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 uah. Sichern Sie. Der Feind hat ein Wagen. Sie ist abgesichert. Bedrohung beseitigt. Feind ausgeschlagen. Artilleriebatterie zerstört. Uripa zerstört. Drohne nähert sich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Oh, wer ich den noch gekriegt hätte, ist er richtig episch gewesen. Na gut, der hat Vespa. Oh. 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 Oh, keine Muni mehr. Oh, das ist nicht gut. Scheiße. Das ist ja richtig ätzend. So was passiert auch nur mir, ohne Witz. Ich brauch sonst nie Plünderer. Oh. Donnerwollen im Operationsgebiet, bereit für Markierung. Wir sind nicht die Sondermiläge. Wir werden hier dominiert. Geist unterwegs. Vorräte unterwegs. Hm. Bleiben weiter an der Kante hängen. Oh, ey. Was ist denn hier los? Könnt ihr nur sitzen, oder was? Wir kleinen Missgeburten. Roboter deaktiviert. Und gewinkst dann nächste Runde. ich mache auch nur schrott ohne witz man geht doch an die seite digga ich kann nur so hart rein scheißen der roger ohne witz nicht meine runde wie sie alle nicht sterben heute er liegt da nicht wirklich drauf was für eine camperfotze kaltgemacht feindliche drohnen schwebeladung 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 turn-on des todes das treibt er denn da warum tut er ihnen nicht 53 10 das geht ja voll fit leute wenn euch das gameplay gefallen hat gerne ein abo und like da lassen und kommentar nicht vergessen bis dann haut rein lasst euch gut gehen tschüss